Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen und ihr bekommt dann auch ganz versprochen alle zwei Tage ein neues Video von mir. Heute geht es mal wieder um Produkte, die ich in den vergangenen Tagen aufgebraucht habe. Und das sind so einige, wenn ich hier meinen Tisch vor mir so anschaue. Und die möchte ich euch natürlich gerne zeigen und euch auch berichten, was ich von den Produkten halte. Ob sie mir gefallen haben, ob ich sie wieder kaufen würde oder ob ich vielleicht ein paar Kritikpunkte an diesen Produkten habe. Und dann fangen wir auch gleich mal an mit dem Offensichtlichsten, nämlich ich habe mir die Haare gefärbt, wie man sehen kann. Die sind momentan wieder super intensiv rot, was mir sehr, sehr gefällt. Ich hatte euch ja berichtet, dass ich nicht sehr zufrieden mit meiner Haarfarbe war nach der Intensivtönung von Country Colors, die halt meine Haare nicht intensiv rot, sondern braun rot gefärbt hat. Und das fand ich halt nicht so wirklich schön. Und jetzt hatte ich die Farbe ja doch ganz gut ausgewaschen und habe mir gedacht, okay, wird langsam mal wieder Zeit, mein Rot so richtig aufzuhellen und intensiv zu machen. Und deswegen habe ich mir von L'Oreal Paris die Colovista-Koloration gekauft. Und muss sagen, die gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hatte sie bisher noch nicht verwendet. Ich hatte bisher meistens die Koloration von Sayos verwendet für meine Haare. Muss aber sagen, die Koloration gefällt mir so gut, dass ich sie garantiert wieder kaufen werde. Also ihr seht ja, die Haare sind super rot geworden, gefällt mir total gut. Und ja, ich finde einfach, die Handhabung war ganz schön, obwohl das Kolorationsgel etwas flüssig war. Also da musste ich ein bisschen aufpassen, dass es mir nicht über die Stirn läuft oder ich mein ganzes Bad vollkleckere. Aber ich fand halt auch den Geruch von dem Gel gar nicht so intensiv unangenehm, wie man das manchmal von Kolorationen kennt. Also dass es wirklich so einen stechenden Chemiegeruch hat. Hatte dieses Gel nicht, fand ich wirklich auch in der Handhabung sehr, sehr angenehm. Und das Ergebnis, ja, ist einfach super, gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen bin ich total zufrieden mit diesem Produkt. Und falls ihr halt wirklich sehr, sehr gerne intensiv rote Haare haben möchtet, kann ich euch diese Koloration wirklich wärmsten empfehlen. Ich bin total begeistert davon und werde bei der nächsten, ja, Aufrischung meiner Haarfarbe garantiert wieder zu dieser Haarfarbe greifen. Leer geworden ist bei mir ein Duschgel. Ja, die Verpackung ist sehr, sehr groß. Nicht, dass ihr denkt, ich sei sehr, sehr klein. Das ist halt die Packung mit 400 Milliliter von Far aus der Reihe Sense Divine Moments. Ich finde den Duft sehr, sehr angenehm. Er ist, ja, sehr mild und irgendwie entspannt. Sehr, sehr angenehm. Ich hatte diesen Duft schon mal in einer kleineren Flasche. Und weil mir der halt wirklich gut gefallen hat und ich dann diese, ja, diese großen Vorteilspacks gesehen habe, habe ich mir gedacht, nehme ich mir doch den großen mit. Ja, ist jetzt inzwischen aufgebraucht. Hat mir echt gut gefallen. Ist ein schönes Duschgel, das ich mir immer mal wieder mitnehme. Ein weiteres Duschgel ist bei mir leer geworden von Impuls aus der Special Edition mit Paola Maria. Hat mir auch ganz gut gefallen. Also hat nach Himbeeren, Kirschblüte und, was steht da drauf, Rosen geduftet. Ja, ich würde sagen, also die Himbeeren haben eindeutig hervorgestochen. Also es war schon ein sehr süßer, fruchtiger Duft. Hat mir an sich ganz gut gefallen. War eine schöne cremige Konsistenz. Also danach hat sich die Haut wirklich sehr schön gepflegt angefühlt. Ob ich es mir unbedingt wieder kaufen würde, weiß ich jetzt nicht. Also da habe ich auch andere Duschgels, die ich halt noch einen Ticken besser finde. Aber es war ein schönes Duschgel. Besonders gut hat mir gefallen, dass man hier dieses Duschgel so einfach aufklicken konnte. Also ich mag das ja, wenn man einfach nur mit einem Fingerdruck das Produkt öffnen kann und dann direkt das Produkt in seine Hand geben kann und sich einseifen kann. Fand ich richtig gut. Also ich mag das bei Duschgels oder bei Shampoos, Conditioner und so weiter, wenn die diesen Mechanismus haben. Deswegen ist das auch definitiv ein Pluspunkt für dieses Produkt gewesen. Ich sehe hier gerade so eine kleine Haarsträhne, hat sich aus dem Zopf gelöst und macht sich selbstständig. Kann sein, dass sie vielleicht im Laufe des Videos noch das ein oder andere Mal auftaucht. Dann sind bei mir ein paar Handcremes leer geworden. Zum Beispiel diese hier von Darf. Das ist die Handcreme mit Kokonat und Almond Milk. Ich habe eindeutig Kokosnuss rausgerochen, Mandel halt eher nicht so. Aber insgesamt hat mir diese Handcreme recht gut gefallen. Sie war ziemlich reichhaltig. Ohne aber jetzt einen fettigen Film auf den Händen zu unterlassen. Das fand ich ziemlich gut. Der Geruch war vergleichsweise herb, fand ich. Normalerweise sind viele Handcremes ja mit so einem ziemlich süßlichen Duft ausgestattet. Die hier war eher so ein bisschen trocken, pudrig herb. Fand ich aber auch als Abwechslung bei einer Handcreme gar nicht mal schlecht. Ja, würde ich mir wahrscheinlich wieder kaufen. Aber eine Handcreme, die ich mir noch wahrscheinlicher wieder kaufen werde, ist diese hier von Balea. Das ist eine mit Orangenduft. Und ihr wisst ja, ich liebe Orangenduft. Deswegen hat mir diese Handcreme besonders gut gefallen. Auch die war sehr, sehr reichhaltig. Ohne halt so fettig zu sein oder verklebend zu sein. Und was ich besonders gut fand, diese Handcreme hat einen Lichtschutzfaktor. Und gerade ja im Frühling und Sommer sollte man ja wirklich schon sehr intensiv auf seinen Lichtschutzfaktor achten. Diese hat zwar nur einen Lichtschutzfaktor von 10. Also würde ich höchstwahrscheinlich noch eine weitere Sonnencreme über die Handcreme geben, einfach um sicher zu gehen, dass meine Hände vor den Sonnenstrahlen wirklich gut geschützt sind. Aber ich sage mal, besser einen Lichtschutzfaktor 10 als gar keinen. Plus diesen wunderbaren Orangenduft. Das hat mir auf jeden Fall alles sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine tolle Handcreme, würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Eine weitere Handcreme, die bei mir leer geworden ist, ist die von Isana aus der Reihe Vitamin C. Und da bin ich ein bisschen traurig, dass die jetzt leer ist. Denn diese Reihe gibt es ja nicht mehr bei Rossmann. Und die hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Sowohl die Serum-Milk, die ich halt als Bodylotion verwendet habe, als auch die Handcreme, die identisch gerochen hat. Und auch wirklich wunderbar schnell eingezogen ist auf den Händen. Und dann halt diesen schönen Orangenduft hinterlassen hat. Das hat mir alles wirklich absolut super gefallen. Ich hoffe halt sehr, dass Rossmann eventuell diese Reihe nochmal neu auflegt. Oder am besten dauerhaft ins Sortiment übernimmt. Weil diese Reihe war einfach ganz fantastisch. Alle Produkte daraus haben mir total gut gefallen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass das letzte Creme-Produkt aus der Reihe bei mir jetzt leer geworden ist. Weil ich es jetzt einfach nicht mehr genießen kann. Ein weiteres Produkt aus dem Bereich Creme, wo ich immer so ein bisschen aufpasse, dass ich nicht zu viel davon verwende, ist diese Bodylotion von Rituals aus der Reihe Ritual of Tao. Ja, diese Reihe liebe ich total. Ich mag diesen sanften, frischen, beruhigenden... Ja, es ist frisch und beruhigend zugleich. Irgendwie ein bisschen Widerspruch. Aber dieser Duft ist einfach ganz fantastisch von Ritual of Tao. Und Rituals hat ja sowohl Happy Buddha als auch Tao aus dem Programm genommen und durch die Reihen Jing und mehr ersetzt. Die riechen vergleichsweise ähnlich. Aber ich finde, Tao und Happy Buddha sind doch irgendwie noch die etwas besseren Düfte. Deswegen bin ich ziemlich froh, dass ich mir von Tao noch einige Tuben sichern konnte. Beziehungsweise auch noch einige Produkte zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Sodass ich jetzt einen kleinen Vorrat von Happy Buddha und Tao mir anhäufen konnte. Jetzt ist aber mal wieder eine Tube leer geworden. Ja, also wird mein Vorrat an diesen tollen Produkten ein bisschen kleiner. Aber naja, ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn ich sie einfach bei mir im Regal stehen habe und nicht verwende. Weil dafür sind diese fantastischen Produkte einfach viel zu schade. Dann habe ich aufgebraucht, ja, gleich zweimal einen Sugar Scrub von Balea. Auch dieses Produkt duftet nach Orange und es ist ganz fantastisch. Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, für mein Gesicht nicht mehr so viele mechanische Peelings zu verwenden. Weil ich einfach befürchte, dass so ganz, ganz kleine Verletzungen bei mir auf der Haut entstehen, die dann natürlich auch nicht besonders gut sind. Aber bei diesem Peeling sind halt die Zuckerkörnchen so, ja, so weich und nicht so kratzig und intensiv wie in anderen Peelings, dass ich da gar nicht die Befürchtung habe, dass das passieren könnte. Und dieser Duft von diesem Produkt ist so unglaublich fantastisch. Das riecht genauso wie Orangenmarmelade. Und es schmeckt auch ein bisschen so. Also ich habe das Produkt jetzt nicht gegessen, aber es ist ja auch ein Lippenpeeling. Und als ich mir die Lippen damit gepielt habe, ja, bin ich halt auch ein bisschen mit der Zunge dran gekommen. Und ich dachte so, wow, als würde man sich mit Orangenmarmelade die Lippen peelen. Und ganz, ganz fantastisch. Also Konsistenz ist toll, Geruch ist toll und das Ergebnis von dem Peeling ist toll. Ich bin mega begeistert und dieses Produkt wird auf jeden Fall bei mir regelmäßig in Anwendung sein. Ich bin halt völlig begeistert und ja, ich sage mal, ein besseres Peeling könnte man mir gar nicht bieten, weil das hat halt wirklich alles, was ich mir von einem Peeling wünschen kann. Ich bin halt mega glücklich und werde es auf jeden Fall immer wieder verwenden. Ein Produkt, das ich vielleicht nicht unbedingt immer wieder verwenden würde, ist diese Tuchmaske von Action. Die hatte ich mir letztens mitgenommen, weil ich einfach die Verpackung so mega süß fand mit diesen kleinen Pfirsichen da drauf. Und ich bin ja normalerweise auch ziemlich begeistert von den Tuchmasken von Action. Also besonders die von The Mask Doctor mit Retinol oder Niacinamid. Die gefallen mir halt mega, mega gut. Und diese Tuchmaske war jetzt mehr so okay. Also sie war nicht schlecht, sie war nicht furchtbar oder irgendwie so oder sie hat nicht gebrannt. Aber sie war halt einfach im Vergleich zu den anderen Masken nicht so wahnsinnig gut. Das Vlies war halt dicker und auch nicht so ganz gut durchfeuchtet. Also schon nach etwa fünf Minuten war die Maske relativ getrocknet bzw. das Produkt in meine Haut eingezogen, sodass sie sich dann schon abgelöst hat. Und das finde ich einfach bei Tuchmasken immer so ein bisschen schade. Gerade wenn ich halt ja das Ergebnis von den The Mask Doctor Masken kenne. Und ja, deswegen würde ich mir vielleicht nicht unbedingt wieder kaufen, weil ich einfach weiß, dass andere Tuchmasken für mich besser funktionieren. Bei mir ist auch wieder eine Handseife leer geworden. Auch eine von Balea mit Aloe Vera verwende ich immer wieder gern. Ich mag den Inhaltsstoff Aloe Vera sehr, sehr gerne. Also ich finde, meine Haut reagiert da wirklich sehr, sehr gut drauf, wirkt dann immer sehr schön glatt und gepflegt. Und ja, ich wechsle Handseifen immer so ein bisschen durch, dass ich immer mal wieder Abwechslung bei mir am Waschbecken habe, dass ich unterschiedliche Düfte habe. Und die ist jetzt bei mir gerade leer geworden, war wirklich angenehm, hat mir gut gefallen. Und ja, neben anderen Handseifen von Balea werde ich die mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder nachkaufen. Die sind ja auch wirklich nicht teuer, die Handseifen von Balea. Ja, ich glaube 75 Cent. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall ja ruhigen Gewissens bezüglich des Geldbeutels durch das Sortiment testen. Von Balea hatte ich auch noch ein weiteres Produkt, nämlich eine Spülung aus der Reihe Schönheitsgeheimnisse. Und die würde ich mir vielleicht nicht unbedingt nochmal kaufen. Ich hatte euch die ja schon mal gezeigt in einem anderen Aufgebraucht-Video. Da hat er euch auch berichtet, dass mir halt der Duft von Kokoswasser von dieser Spülung nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, ja, wenn dir das gar nicht so toll gefallen hat, warum hast denn dir das nochmal gekauft? Ja, es liegt daran, dass ich, als ich die Spülung gekauft habe, habe ich mir gleich zwei Packungen mitgenommen. Und weil mich halt die erste Packung nicht so wahnsinnig doll überzeugt hat, hatte ich mich jetzt lange Zeit darum gedrückt, die zweite Packung aufzubrauchen. Ich hatte die dann schon angefangen, die war noch halb voll. Und ich hatte mir immer gedacht, gefällt mir halt einfach nicht so wahnsinnig gut. Deswegen nehme ich halt eine andere Spülung oder Co- oder Conditioner. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm Ramis, die steht jetzt schon so lange halb voll bei dir rum, die machst du jetzt halt einfach mal leer. Deswegen habe ich bei den letzten Haarwäschen halt dann konsequent diese Spülung verwendet und ja, war okay. Also Haarpflege ist in Ordnung damit, aber halt wie gesagt, der Duft hat mir nicht so richtig, richtig gut gefallen. Deswegen werde ich sie mir wahrscheinlich einfach nicht nochmal nachkaufen. Ich finde, da hat Balea auch aus der Reihe Schönheitsgeheimnisse einfach Produkte, die mir nochmal deutlich besser gefallen haben. Dann habe ich noch ein kleines Rituals-Produkt, das ich leer gemacht habe, nämlich die Ultra High Dating Black Soap aus der Reihe Hammam. Ja, da war ja eine sehr nette, sehr übereifrige Verkäuferin bei Rituals, die mir wirklich einen ganzen Schwung von diesem Produkt bei meinem letzten Einkauf in die Tüte gesteckt hat. Fand ich auch super lieb von ihr, allerdings so richtig toll gefallen, hat mir halt diese schwarze Seife nicht. Also erstmal die Konsistenz ist ein bisschen komisch, sie ist sehr, sehr dickflüssig, ein bisschen klebrig. Dann die Farbe, sie ist halt ja schwarz, wenn man sie rausdrückt und wenn man sie verteilt wird, das ist halt so ein matschiges Grau. Und das finde ich halt für ein Produkt, mit dem man sich eigentlich reinigt, ein bisschen komisch. Und der Duft ist halt absolut identisch zu Vic Vaporub. Also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass ich mich mit einer Erkältungssalbe eincreme. Und das ist halt nicht unbedingt das, was ich von einer Seife erwarte. Deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt das vorletzte Tütchen war. Einmal muss ich es noch verwenden, dann habe ich es geschafft. Und ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Also da hat Rituals für mich einfach viel, viel bessere Produkte und Reihen und Düfte, die mir viel, viel besser gefallen als diese Reihe. Aber wenn man halt sehr, sehr gerne einen intensiven Eukalyptus-Duft mag, dann ist das auf jeden Fall das passende Produkt für mich jetzt halt eher tendenziell nicht so. Dann habe ich noch eine Tuchmaske aufgebraucht und zwar von Isana mit Ananasextrakt und Provitamin B5. Hm, ja, weiß ich auch nicht. Bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt von gewesen. Ich habe mir halt ein sehr, sehr fruchtiges Maskenerlebnis davon versprochen, weil halt Ananasextrakt drauf stand. Hat auch ein bisschen fruchtig gerochen, aber halt nicht so intensiv nach Ananas, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Und ja, auch hier war das Vlies ein bisschen, ja, so ein bisschen fest und ein bisschen dicker und hat nicht so wahnsinnig gut auf dem Gesicht gehaftet. Deswegen, ja, war in Ordnung, aber ich habe halt auch einfach bessere Tuchmasken. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Oh, ja, ein Produkt, das ich mir auf gar keinen Fall nochmal kaufen werde, ist von Iuti die iPad Mask mit Pink Great Fruit, Hyaluron und Vitamin C. Klingt eigentlich so, als wäre das ein Produkt, das mir total gut gefallen würde. Hatte ich mir auch gedacht. Ich mag ja Eyemask inzwischen ziemlich gerne, weil ich hier halt recht trockene Haut habe. Und ich finde das durch, ja, iPads, das inzwischen doch deutlich besser geworden ist. Aber von denen absolut nicht. Ich habe mir die dann aufgeklebt und schon nach wenigen Sekunden hat der Bereich unter meinen Augen gebrannt wie Feuer. Also ganz, ganz schlimm. Und ich dachte so, oh Gott. Und habe erst mal kurz abgewartet, dachte ja, so, vielleicht ist meine Haut gerade ein bisschen gereizt. Und nach ein paar Sekunden hört diese Reaktion gleich wieder auf. Nein, hat nicht aufgehört. Im Gegenteil, wurde immer schlimmer. Musste ich wirklich nach ganz kurzer Zeit wieder abmachen. Und dann hatte ich hier auch wirklich gerötete und geschwollene Stellen unter den Augen. Also irgendwie hat meine Haut sehr, sehr heftig, fast allergisch auf diese iPads reagiert. Ich habe jetzt noch andere iPads von Iuti da. Ich hoffe halt wirklich, dass da nicht dieselbe Reaktion wieder auftritt. Weil das war krass unangenehm. Das hat richtig gebrannt. Das hat total weh getan. Ja, ich werde das die anderen eventuell nochmal testen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig geworden, weil diese Reaktion war halt wirklich heftig. Also da hat mir meine Haut ganz eindeutig gezeigt, so hey, nimm das runter. Das ist gar nichts. Das vertragen wir überhaupt nicht. Und deswegen, nee, das würde ich mir echt auf gar keinen Fall nochmal kaufen, weil einfach die Reaktion meiner Haut ja zu heftig war. Und ich habe das offensichtlich nicht vertragen. Aber das liegt ja dann halt wirklich auch an meiner Haut. Also es bedeutet nicht, dass das ein schlechtes Produkt ist. Also ich hatte das zum Beispiel letztens mit einem Freund. Der hat ein Serum verwendet, das ich vorher schon ganz oft verwendet hatte und das in meiner Haut richtig gut getan hat. Und er hatte wirklich eine richtig heftige Reaktion darauf, sodass noch tagelang seine Haut ja weh getan und gejuckt hat. Und ich konnte mir das gar nicht erklären. Aber so unterschiedlich ist halt jede Haut, dass der eine verträgt dieses Produkt total gut und der andere verträgt dieses Produkt dann gar nicht. Und offensichtlich vertrage ich diese iPads von Juti überhaupt nicht. Sehr gut vertrage ich aber das Vitamin C-Konzentrat von Balea. Das ist ganz, ganz fantastisch für meine Haut. Also ich mag den Geruch. Ich mag, wie es sich anfühlt, wenn ich es auf meiner Haut verteilt habe. Ich habe dann ein ganz, ganz samtiges, weiches Hautgefühl. Hat mir mega gut gefallen. Werde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen, denn meine Haut profitiert wirklich sehr gut davon. Ist ein mega tolles Produkt. Sind sieben Anwendungen dran für, ich glaube, 75 Cent. Ja klar, man hat vergleichsweise viel Verpackungsmüll. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte ich als, gern halt so als Serumflasche oder sowas, damit ich das halt jeden Tag, ja, mit ein bisschen besserem Umweltgewissen verwenden kann. Aber dieses Produkt ist einfach so fantastisch, dass ich es halt jetzt wirklich regelmäßig in Anwendung habe. Also genauer genommen, ich verwende es jeden Tag. Es gefällt mir mega gut. Dann habe ich mir, weil mir halt dieses Vitamin C-Konzentrat von Balea so gut gefallen hat, von Isana auch ein ähnliches Produkt für die Augen gekauft. Das sind Pflegekapseln speziell für die Augen mit Algenextrakt und Arganöl. Das wollte ich dann halt hier auf die Augenpartien, die halt bei mir immer recht trocken sind, auftragen. Habe ich auch gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal kaufen würde. Also an sich, das Produkt war in Ordnung. Also ich hatte keine heftige Reaktion, kein Brennen, kein Jucken oder ähnliches. Aber dieses Produkt ist wirklich schon sehr, sehr ölig. Und ich hatte dann das, obwohl ich es dann nicht wirklich am Auge aufgetragen habe, sondern immer mit ein bisschen Abstand, ist diese ölige Konsistenz dann doch manchmal so ein bisschen in mein Auge gekommen. Und ich hatte dann so einen unangenehmen, öligen Film auf den Augen. Und das fand ich ganz, ganz unangenehm. Das hattet ihr bestimmt auch schon mal, wenn ihr euch eingecremt habt und ein bisschen eine Creme versehentlich ins Auge bekommen habt. So hat sich das dann angefühlt, fand ich jetzt halt wirklich ein bisschen unangenehm. Und das ist mir tatsächlich bei jeder Anwendung passiert. Auch wenn ich wirklich den Bereich hier wirklich großzügig ausgespart habe, dass es nicht wirklich direkt am Auge war, hat sich dieses Öl denn doch so auf meiner Haut verbreitet, dass es ins Auge gekommen ist. Deswegen, hm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich richtig gut für meine Haut war, ob meine trockene Haut unter den Augen davon profitieren würde. Aber einfach dadurch, dass ich das immer in die Augen bekommen habe, hat mir das nicht so wirklich gut gefallen. Deswegen würde ich mir das wahrscheinlich auch nicht nochmal unbedingt kaufen. Ja, ähnlich sieht es aus mit den Pflegekapseln von Isana, speziell für die Nacht mit Wildrosenöl und Retinol. Retinol ist ja eigentlich ein Inhaltsstoff, der sehr, sehr gut für meine Haut ist, wo meine Haut halt wirklich sich danach immer sehr angenehm und gepflegt anfühlt. Aber dieses Produkt war mir in der Tat ein wenig zu ölig. Also ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man abends eine besonders reichhaltige Pflege aufträgt. Ich habe ja auch die Creme von Christian Breton, die sehr, sehr reichhaltig ist, die ich abends auftrage. Aber das war so ölig. Also meine Haut war wirklich, ja, als hätte ich mich mit Olivenöl oder sowas eingeschmiert. Und ja, das fand ich dann doch so ein bisschen unangenehm. Also möglicherweise ist es dann richtig gut für die Haut, das abends zu verwenden. Aber ja, wie gesagt, ich fand das halt ein bisschen blöd, wenn man sich nochmal ins Gesicht gefasst hat und dann mit der Hand irgendwie sofort weggerutscht ist, weil es einfach so glitschig und ölig war. Ja, würde ich mir vielleicht nicht nochmal kaufen. Aber ich habe ja noch einige andere Pflegekapseln von Isana und Balea mir besorgt, die ich jetzt einfach mal komplett durchtesten möchte. Also das Vitamin C-Konzentrat von Balea, das werde ich auf jeden Fall dauerhaft in Anwendung behalten. Bei den anderen Kapseln werde ich einfach mal gucken, ja, wie meine Haut darauf reagiert, ob ich da irgendwie besonders tolle Ergebnisse habe. Da habe ich ja mit Q10, speziell für Feuchtigkeit und alles mögliche, das werde ich mal durchtesten und euch dann natürlich auch in den kommenden Aufgebraucht-Videos von Berichten, wie die mir so gefallen haben. Die war jetzt nur so, okay, würde ich vielleicht nicht unbedingt nochmal kaufen. Aber unbedingt nochmal kaufen würde ich mir auf jeden Fall die Tuchmasken von The Mask Doktor von Action. Hier hatte ich wieder eine Tuchmaske mit Niacinamid verwendet und die gefallen mir halt einfach mega gut. Also hatte ich ja schon erwähnt, das Vlies ist halt total dünn, es haftet super gut auf der Haut, es löst sich nirgendwo ab, es ist sehr, sehr viel Serum. In der Verpackung und die Masken sind halt total feucht und halten gut. Also auch fast eine halbe Stunde fände ich richtig, richtig gut. Meine Haut fühlt sich danach wirklich super gepflegt an. Also diese Masken von Action sind halt einfach richtig top. Kosten pro Maske 99 Cent und ich sage mal so ein, zweimal die Woche gönne ich die mir, weil mir die einfach so mega gut gefallen. Und jedes Mal, wenn ich bei Action bin, nehme ich mir auch immer ein paar mit, weil ich halt einfach genau weiß, meine Haut profitiert richtig toll von diesen Tuchmasken. Ja, ob die jetzt von dieser Tuchmaske wirklich gut profitiert hat, meine Haut, weiß ich gar nicht so richtig. Ich hatte mir ja auch, weil ich einfach die Verpackung total cool fand, ja mit den Disney Prinzessinnen habe ich jetzt die mit Pocahontas verwendet. Ich fand halt das Design eigentlich ganz cute. Da war halt dieser kleine Kolibri drauf gedruckt, fand ich echt niedlich. Aber auch bei dieser Maske war das Problem halt, das Vlies war relativ dick und nicht besonders gut durchfeuchtet. Und gerade im Kinnbereich hat sich die Maske schon nach zwei Minuten abgelöst. Und das fand ich halt wirklich nicht besonders gut, denn ich möchte ja auch meinen Kinnbereich pflegen. Und wenn da die Maske halt sich ständig ablöst und ich sie immer gegendrücken muss und nach 30 Sekunden löst sich das schon wieder ab, ja, dann ist es halt einfach keine Tuchmaske, von der ich mir einen besonders großen Pflegeeffekt erhoffen kann. Ja, ich werde mal schauen, wie die anderen Masken mit den Disney Prinzessinnen funktionieren. Ich befürchte halt allerdings, die sind genauso, weil ich denke mal, es ist praktisch dasselbe Produkt, nur mit einer unterschiedlichen Verpackung mit einem anderen Aufdruck. Werde ich euch aber dann in Zukunft berichten, ob die praktisch genauso waren oder ob die vielleicht für mich dann ein bisschen besser funktioniert haben. Das letzte Produkt aus dem heutigen Aufgebraucht-Video ist eine Handmaske. Die hatte ich mir auch von Action mitgenommen, weil ich das eigentlich an sich ganz witzig fand. Ich habe noch nie eine Handmaske gemacht. Also ich creme ja meine Hände regelmäßig ein, so vier, fünf Mal am Tag, weil ich einfach seidige, gepflegte Hände sehr, sehr gerne mag und das auch nicht mag, wenn meine Hände sich irgendwie rau und trocken anfühlen. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du dir doch mal eine Handmaske mit. Ja, fand ich an sich eigentlich ganz witzig. Also in der Verpackung waren so zwei Einmal-Handschuhe drin, also so aus Plastik, in denen dann ein Pflegeprodukt aufgetragen war und man steckte dann seine Hände da rein. Man konnte sich die Fingerkuppen abzupfen, wenn man das wollte, habe ich jetzt nicht gemacht. Also für den Fall, dass man während der Einwirkzeit irgendwas machen wollte. Also ich habe sie dann einfach dran gelassen, weil ich während der Einwirkzeit halt ein bisschen Netflix geguckt habe und da brauche ich ja dann meine Hände nicht zangsläufig dabei. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Handmaske so wahnsinnig viel gebracht hat oder ob es halt einfach auch getan hätte, wenn ich mir meine Hände noch ein weiteres Mal eingecremt hätte. Also nach der Einwirkzeit von etwa 20 Minuten habe ich diese Handschuhe dann ausgezogen und habe das restliche Produkt, das ich auf den Händen hatte, halt nochmal einmassiert. Meine Hände haben sich danach gepflegt, eingecrebt, angefühlt. Aber es war im Prinzip gar kein großer Unterschied zu, ja, als hätte ich mir die Hände mit einer schönen, reichhaltigen Creme eingecremt. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht so genau, ob diese Maske wirklich so nötig war. Ich fand es an sich nicht schlecht, die zu verwenden. Aber ich glaube ganz ehrlich, ich würde sie mir nicht unbedingt nochmal kaufen, weil ich glaube, dann tut es halt auch einfach ein bisschen Handcreme, um einen identischen oder sehr, sehr ähnlichen Effekt zu erzeugen. Deswegen ja, war halt ein ganz witziges Experiment, das mal auszuprobieren. Ich fand es, wie gesagt, auch gar nicht schlecht. Es war schon okay, aber eben auch kein besonderes Erlebnis. Oder dass ich sage, wow, danach haben sich jetzt meine Hände so toll und gepflegt angefühlt. Das muss ich jetzt mindestens einmal die Woche machen, um diesen Effekt wieder zu haben. Es war in Ordnung, aber an sich auch wirklich nichts Besonderes. So, das waren die Produkte, die ich in den vergangenen Tagen aufgebraucht habe. Ich hoffe, ich konnte euch eventuell einige Tipps geben zu Produkten, die ihr vielleicht auch schon mal ausprobieren wolltet, aber ja, noch nicht getestet habt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann ganz bald in einem nächsten Video wiedersehen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf euch. Bis dahin, eure Ramis.